Auf geht es, endlich zur Statue von Nefarius. Ich wollte doch schon so lange dahin. Doch der Weg war uns bis zur letzten Folge verwehrt. Doch jetzt mit unserer neuen Fähigkeit, nämlich dem War-Ride, nenne ich es jetzt einfach mal, können wir hier rüber. Wir haben uns im letzten Fall jede Menge angeguckt. Haben tatsächlich alle Collectibles gefunden und jetzt bin ich gespannt. Oh. Ah ja, so sollen wir, denke ich mal, da durchspringen. Okay, dann bin ich doch mal gespannt, was er hier so drauf hat. Ich denke mal, uiuiui, jo, gleich drei Damage auf einmal, krass. Aber das ist sehr, sehr gut. Oh, oh, hö. Äh, 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 wo, warum ich mir jetzt hier plötzlich WTF einfach plötzlich eine neue Dimension betreten. Ich denke, wunderschön auch wieder ausschaut. Ist ja ultra crazy. So, irgendwie hat der Typ überhaupt keine Chance gegen uns. Hat er, äh, habe ich das Gefühl. Kann ich mich täuschen, aber, oh Gott, es geht weiter. Oh, wir sind wieder hier. Okay. Ich benutze gerade bewusst die Pump, weil die echt super ist. Oh, oh, auch hier keine. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch. So, irgendwas. Uiuiui, jetzt sollten wir auch langsam aufpassen. Aber, ach so, das war es auch schon. Du, Maul, sie, Stupe drei. Sehr cool. Okay, ich denke mal, jetzt, wenn wir nicht weiter blockiert, so um ETF, wo waren wir plötzlich? Plötzlich waren da auch wieder diese Sandpile. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die heißen. Aber ja, ist ja, ist ja, okay, krass. Ich finde es so cool, dass wir einfach einen Begleiter haben. Der Typ bei Clank, unser eigentlicher Begleiter. Ist ja leider jetzt nicht wirklich für uns da, ne? Ah, der redet sogar mit uns. Alter, ist ja mega cool. So, jetzt mal schauen, was wir hier machen müssen. Oh, ist das cool. Denn jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Ratchet und Clank. Nämlich gibt es nicht nur Action, wie wir sie bis jetzt gesehen haben, sondern auch ultra coole Puzzle-Passagen. Und ja, Ratchet hat nämlich auch eine neue Begleiterin. Clank ist ja leider jetzt mit Rivit unterwegs. Das heißt, leider wird das, denke ich mal, auch noch ganz cool, wenn wir sie denn endlich steuern können. Und dafür hat Ratchet jetzt hier die gute Glitch, oder wie sie heißt. Sorry, ich habe ehrlich gesagt nicht so genau geguckt. Oh, aber das haptische Feedback auch hier. Oh mein Gott. Krass, jetzt ist da gerade gar nichts. Na, gar keinen Widerstand. Aber dann jetzt ist er so hart und ich drücke und drücke und drücke und zack. Cool. Einfach nur super genial gemacht. Richtig, 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 einfach, richtig, unfassbar geil. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie cool ich das finde. Jetzt drücke ich nochmal richtig dagegen. Oh, 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 geh mal weg, Virus. Oh, das ist so eine cutee Ding eigentlich. Und wie das, der Widerstand da ist, ist so cool. Sehr gut, du bist ja sehr optimistisch. Uiuiui, ihr ekelhaften Bieren, lasst mich mal in Ruhe. Sehr cool aus, wenn die da so irgendwas dabei hätte. Ach, guck mal. Oh, nein, 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 nein. Ich muss hier löschen, bevor ich zahlenmäßig unterlegen bin. Okay. Ah, du meinst so, oder? Oh, 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 okay. Der wird einfach angebissen. Wie gesagt, das fand ich ja ganz cool aus. Oh, 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 oh. Also, das ist ja ultra cool, auch wie man hier so spielt. Und damit sind wir auch mit dem ersten Bereich schon fertig. Virusinfektion beseitigt. Postcomputer ist wieder online. Dankeschön. Mach dich bereit, das Raumschiff zu kaufen, Ratchet. Auf jeden Fall. Ah, sie ist ja mega cool drauf. Fließ ich gleich in mein Herz die Gute. Oder auch nicht, Majestät. Todesfeier. Huh? Kampfwolls. Fünf Planetenzersteuerungskanonen. Und ein Überwachungssystem für die gesamte Stadt. Würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren. Plank. Schnapp den! Los! Ich komme, Clay. Nein, 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 nein. Oder auch nicht. Willkommen, oh Meister von uns allen. Passwort bitte. Und zwar ein Passwort. Ich bin der Imperator. Ich kann dich auch einfach vernichten. Auf zu einem neuen Planeten. Sargasso, Außenposten L51. Aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators. Hilfe! Wir haben gegriffen! Jemand! Mord? Was ist los? Oh je. Gut festhalten! Oh, pass auf. Was glaubst du, was ich mache? Gerade noch gewünscht und schon spielen wir Rivet. Ach, wir haben jetzt auch genau die Waffen. Alright. Wir haben aber, denke ich mir, nur für den normalen Blaster vorerst etwas zu finden. Okay, Sargasso ist der neue Planet, der ja so unfassbar toll schon wieder aus sah in der Vorschau. Also, ich bin super gespannt, was wir hier so alles finden werden. Haben die jetzt eigentlich ein gemeinsames Konto? Ja, tatsächlich. Denn wir hatten davor auch schon über 2.000. Und jetzt haben wir mittlerweile schon über 3.000. Uh, darf ich dich abschieben? Oh, ne. Okay. Dann lasse ich das doch lieber. Und wir gehen weiter, ne? Also, okay. Ah, jetzt sind aber wieder diese Sandviecher da. Ne, es sind sogar andere. Okay. Okay. Ah, der Planet sieht so unfassbar aus. Und, super, gleich mal ein weiteres davon. Ihr habt ja gar nicht gesehen. Was soll denn das von hinten hier anschleichen? Das geht ja mal absolut nicht, klar. Hier auch noch so ein Beude. Was soll denn das sein? So ein Center zum Kurs machen, denke ich mal. Hm, würde ich zumindest so spontan sagen, dass das sowas in der Art sein soll. Ich sehe gerade, dass wir die Karte irgendwie nicht ganz gesehen haben. Warum auch immer. Man muss hier wirklich teilweise echt in die letzten Ecken laufen. Ja, immer noch nicht. Ich kann auch irgendwie darüber. Äh, die Frage ist, soll ich darüber? Ich mache es erstmal nicht. Ich höre noch wieder diesen geilen Übergang, als Ratchet weggeflogen ist und plötzlich Rivet. Also, man sieht Parallelen zwischen den beiden. Das ist cool gemacht. In diesen Pflanzen ist nichts drin. Das heißt, ich kann die auch ab sofort ignorieren. Das ist so eine fleischfressende Pflanze hier, denke ich mal. Äh. Ist das nicht so ein Schiff? Nee, okay. Anscheinend ja nicht. Uah, und das Wasser. Also, ich würde hier nicht baden wollen. Definitiv nicht. Okay, damit haben wir aber hier auf dieser kleinen Inselchen alles gesehen. Und können weitergehen. Ist das hier ätzend oder wie ist das? Ach, wie geil. Ah, und wer ist denn hier schon wieder? Wir gucken hier gleich hin. Ah, obwohl. Sollten wir vielleicht doch gleich machen. Nee. Ah, okay. Das ist geil. Heute können wir schon zum ersten Mal reiten. Oh. Cooles Detail. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Also, sie hinterfragt es auch gar nicht, ne? Aber mega. Cool gemacht, dass sie, wie die das jetzt begründet haben, dass man einen Gemeinsamskontort hat. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Äh, ich kann es mir ja leider noch nicht kaufen, ne? Auch die Munition brauche ich jetzt erstmal nicht. Was ich aber dafür brauche, ist genau das hier. Oh, also die Waffe habe ich auch schon in den Trailern gesehen, wo man halt eben, äh, die, äh, die Gegner in so Art, ja, wie soll ich das nennen, so Pflanzen einfach, so Pflanzenstatuen verwandeln kann. Und das nicht einfach nur mega mäßig geil gemacht. Ich möchte jetzt aber eigentlich auch noch gar nicht auf diese Schnecken drauf, weil es hier eben gerade so krass viel zu erkunden gibt. Geht einfach die, äh, Zivilisation verloren gegen die Natur, glaube ich, so ein bisschen. Uiuiui, jetzt kommen wir mal du schnell weg. Ich weiß nicht auch, warum aus allem eigentlich Schrauben rauskommen, aber ich denke mal, das sollte man nicht hinterfragen, oder? Also vermutlich nicht. Yo, wie viele von diesen mutierten Frischen sind das eigentlich? Und jetzt zu euch. Naja, die haben wir gar nicht, die hätten ja null aus. Ah, die werden erst dick und dann, weiß ich nicht, und dann gehen sie erst weg, so, okay. Aber krass, wie viele mutierte Tiere hier sind, oder wenn es überhaupt mutierte Tiere sind. Und natürlich hat sie das auch, es sieht so cool aus, einfach nur. Man merkt richtig, was es dastehen soll auch, ne? Also einfach aus Raum und Zeit rausgesprungen, würde ich sagen. Ach, da unten kann ich sogar noch hin. Oh je, ich habe fast nichts mehr zum Nachladen. Nun ja, ähm, das kann ich tatsächlich zerstören, okay. Ah, da ist, da geht es weiter, storymäßig. Leute, wir gehen nochmal kurz zurück. Da sind noch mehr von denen. Ich vermute aber mal, oh, das sieht so schön aus hier alles. Dass die wegrennen, oder? Habe ich mir ehrlich gesagt nicht anders gedacht, nachdem ich das jetzt gesehen habe. Äh, und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man jetzt da erstmal nicht hin soll auf die anderen Inseln, sondern wirklich, oh Gott, hier folgen soll. Wenn ich aber jetzt schon öfters was gemacht habe, was ich gar nicht machen sollte. Ah, und schaut mal an. Den hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber kann man hier einfach durchlaufen hier. Habt ihr aber auch schon mal, ich muss es einfach nochmal anmerken, wie toll das alles hier ausschaut. Habt ihr das schon mal beachtet? Wir können uns jetzt auch schon diese eine Waffe kaufen, äh, holen. Aber, das mache ich jetzt vorerst noch nicht. Oh, ist der crazy drauf, Alter. Was soll das überhaupt darstellen? So ein Dino, irgendwas. Also, ich kann es gar nicht so ganz einbeziehen. Und es ist anscheinend trotzdem noch alles in derselben Dimension. Also, wir sind bis jetzt noch in derselben. So, ich habe ja schön zum Nachladen gehabt. Ich lebe ihn weiterhin. Ich weiß ja immer noch nicht so ganz, was es bringt. Aber, es ist, denke ich mal, nichts Schlechtes, wenn man es macht, ne? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, wahrscheinlich ist die Pflanze einfach offen. Genau, und jetzt kommen wir dazu, äh. Interessant. Warum auch immer sie auch das hat. Aber ab in eine andere Dimension. Dimensionsfalte 65, 31, 99. Hier hat man, genau, keine Karte. Boita, krass. Ja, was soll es sonst sein, so? Okay. Das ist jetzt also das Tutorial zu den Dimensionsspalten. Deswegen ist, wir haben sie ja schon mal gesehen, aber es ist trotzdem natürlich... Nein, nein, nein. Nest, Nest stören. Ah, sehr gut. Und ab geht's. Ui, 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 ui. Wie schnell sind wir denn jetzt? Krass. Ich bin ultra schnell unterwegs. Ähm, dann gucken wir natürlich. Da oben ist noch irgendwas. Also, ich denke mal, wir müssen schon oben laufen. Aber, wir nehmen natürlich trotzdem so viel mit, wie nur irgendwie geht. Und guck mal, wie crazy gut das ausschaut. Einfach nur super. Ich weiß nicht, wie ich absteige. Vielleicht, wenn ich gegen eine Wand laufe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir versuchen jetzt hier einfach mal ein bisschen rumzufahren. Genau, so gut wie alles mitzunehmen. Auf jeden Fall auch. Ist auch eine größere Dimensionssparte als vom letzten Mal. Wobei ja das hier eigentlich das Tutorial ist. Aber eine interessante Musik, die hier im Hintergrund spielt, muss ich mal dazu anmerken. So, und ich glaube mal, wenn wir das hier haben, dann haben wir alle. So cool einfach nur. Hört auch, wie das sich im Wind bewegt. Also, richtig krasse Detailarbeit hier drin. Ultra. Die Dimensionsfalten sehen eh so ultra, also wirklich am epischsten von allen Sachen aus. Eigentlich mit dem rechten Stick nicht okay. Mit dem rechten Stick kann ich halt gar nichts machen. Okay, aber ich denke mal, dann gehen wir jetzt... Moment. Genau, hier gibt es nochmal welche. Immer alles mitnehmen, weil das Geld wurde jetzt doch jetzt tatsächlich so knapp, dass ich mir nicht mal alle Waffen kaufen konnte. Das bedeutet, ich nehme trotzdem doch nochmal alles mit, was ich gar nicht gedacht habe am Anfang. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Ah, so komme ich da raus. Okay. Echt cool. Ah. Okay. Setzen wir doch gleich mal aus, oder? Äh, auf. Zack. Der klassische Helm der galaktischen Schutztruppen von Solana. Okay. Schaut doch gut aus. Ach krass, das schützt mich sogar was gegen was. Moment, ich muss mir nochmal kurz gucken. Nachkampfschaden ist um 5% erhöht und Schaden durch Nefarius Gegner um 5% verringert. Ultra. Cool. Äh, ah, ich dachte mir gerade, wo kriege ich hier wieder eine raus, aber alles easy so. Jawohl, dann haben wir, denke ich mal, hier schon das Wichtigste jetzt, oder eine der wichtigsten Sachen. Äh, ich gehe mal kurz hier runter, weil ich möchte schon mal kurz alles sehen. Es ist so geil, wie es einfach weiter sprintet, egal was ich mache. Natürlich. Ultra. So, ich habe auch gerade gesehen, dass ich da gleich mir nochmal neue holen kann, aber... Ja, okay, das muss ich wahrscheinlich jetzt sogar. Das sieht so witzig aus. Oh, okay, irgendwie auch ein bisschen ekelhaft, aber hauptsächlich witzig. So, wie muss ich denn da jetzt lieber? Einfach jumpen, oder wie? Ah, ich kann... Moment. Das sah gerade so weird aus. Ich könnte einfach so... In der Luft könnte ich so ein Feuerlöscher-Gefühl machen aus dem Hintern von denen. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Ah, ach so, klar, mit Pings. Ich habe immer nur abspielen. Naja, holen wir uns gleich die nächste. Ich weiß nicht, ihr lebt ja irgendwie auch nicht so geil, muss ich sagen. So knapp aufeinander. Also, ich meine, wenn es euch gefällt... Tempo-Shoot. Oh, lol. Okay, aber... Genau, ich habe hier noch was gesehen. Ah, hier komme ich wieder zum Anfang. Ne, 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 das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Wir haben ja hier auch dieses sammelbare Item gefunden. Das bedeutet... Ich komme ja hier nach... Oh, wenn... Oh, Mann. Gab es hier oben einen... Ah, hier gab es einen speicher Punkt. Äh, ja, aber es sollte doch machbar sein. Ja. Also, ich weiß nicht, warum er so weird abspringt halt. Ne, also sieh, sorry. Bin auch voll bei Ratchet gefangen. Also auch cool, dass ich hier dann... Ja, sicher. Egal, wie oft ich jetzt hier sterbe. Äh, ah, ich verliere sogar Leben. Also, mit dem Tempo-Schub kommt man hier echt ultraflott durch. Das hätte ich mal früher sehen sollen. So, und jetzt bitte mal kurz deaktivieren. Sorry, dass ich das kurz mal machen muss. Okay, ich denke mal, wir sollen wieder hier dann nach oben, oder? Yep. Ich frage mich, warum dieses Ding mich jetzt die ganze Zeit hier verfolgt. Aber, naja. Oh, ich sollte hier wahrscheinlich grad sprinten. Oder was geht hier grad ab? Ah, das hab ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich glaub, es war ein Level ab oder so. Glitzkäfernest, ähm, fortfinden. Ah, klar, dass unser Ziel ja geht. Das gucken wir uns gleich an. Wir schauen uns natürlich auch die ganzen Inseln an. Ah, zum Beispiel das, was da unten sein sollte. Jo, tatsächlich. Okay. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich hier alles genau anzugucken. Weil dann kriegt man vor allem viele Raritanium-Teile. Und die sind ja wirklich sehr, sehr praktisch. Oh, ist das ein Gegner? Tatsächlich. Ein Grundtor. Ist einfach eine Mischung aus einem Tyrex. Und ich weiß nicht was. Ehrlich nicht. So. Ja, gut, die Newt tut auch ehrlich gesagt gar nicht so. Aber hey, wir machen einfach weiter. So, wie gerade eben. Jawohl, das war schon mal gut. Ich sollte mal gucken, was ist das hier von der Granate, ne? Ja. Dann mal kurz so einen, by the way, nebenbei. Und dann läuft das Ganze doch. So. Und weiter geht's. Jawohl, da haben wir schon nur noch 25% vor uns. Also, es geht ja im Sekundentakt, im halben Sekundentakt sogar. Oh, ups. Ja, machen wir mal so dann zu Ende, wenn ich keine Dinger mehr hab. Und du kannst dich finishen. 2%, 1% und da ist er tot. Ach, sogar davon bekommen wir auch diese Rararium-Teile. Gar nicht mal so leicht, das auszusprechen. Aber ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal gleich hier als nächstes nach oben. Ich hab mich grad immer die Wörter, weil was so crazy passiert ist. Und ich alles auf einmal sagen möchte. Ich glaube, der ist ja echt übel cool. Also, ja, gefällt mir. Ich kann mir jetzt auch schon den ganzen Rest hier angucken. Aber ich glaube halt, dass das, oh, später nochmal nötig wird. Und wo? Wo ist hier was? Ich muss mal kurz ein Stückchen weggehen. Ich denk mal dann. Ist das Ganze einfacher? Ah, da vorne ist wieder so ein Dimensionsgriss. Cool. Nice. Die sind super. 3, ach so, hier. Ja, okay. Aber, kriege ich das so? Ja, das hatten wir auch noch nie so. Okay. Gleich mal was Neues dazugelernt. Äh, ja, und dann geh ich jetzt in den Riss rein, würde ich sagen. Schau mal her, Spinnchen. Äh, Spinnchen, Käferchen. Ist ja nicht gut. Ach so, das ist ja das, von wo ich gerade komme. Hm. Wir können jetzt, wie gesagt, auf... Ah ja, okay. Der wird jetzt mir auch so hier angezeigt. Ähm. Pass, hier gibt es jetzt gleich schon 4 Collectibles. Das ist ja ganz interessant. Äh, ich werde jetzt auch nicht noch woanders gerade mal hinlaufen. Sondern wirklich am... Zum Ziel. Ich finde es auch cool, dass man auf der Map sieht, wo man was finden kann. Jetzt geht es mir gerade ein bisschen zu schnell. Äh, ich möchte mir noch kurz hier die restliche Karte anschauen. Dafür muss ich... Genau, hier längst laufen. Keine Ahnung, warum das hier so weird gemacht ist. Ich meine, wenn ich alles gesammelt hätte, dann würde es reichen. Ja, aber gut. So. Gucken wir dann mal jetzt, was wir hier noch so finden können. Ich meine, klar, das ist hier ganz groß. Aber ich möchte eigentlich weitermachen. Ich war dann eigentlich nicht hier. Obwohl wir können... Ah, okay. Ich darf da gar nicht hin. Das wusste ich nicht. Oh Gott, da waren auch riesen Knochen gerade. Krass. So, jetzt muss ich noch von... Ui, ui, ui. I'm sorry. Ah. Loy. Okay. Also wirklich. Was soll denn das, Clank? Ich rede es hier einfach ins... Boah, ins Teil rein. Da habe ich jetzt hier... Nee, noch nicht ganz. Sorry. Ich bin da jetzt ein bisschen penibel. Aber so eine Mini-Stelle, die möchte ich halt jetzt nicht unnötig da... da so liegen lassen, sage ich mal, ne? So. Also wenn das Spiel jetzt sagt, ich habe nicht alles gesehen, dann... weiß ich auch nicht. Also, auf geht's. Ab da rein mit einem Supersprint. So. Guck ich mal. Das muss man sich natürlich trotzdem umtucken. Oh, crazy. Was man hier alles finden kann. Und dann traue ich mich schon wieder nicht. Weil ich mir denke, yo, da ist doch überall was bestimmt zu entdecken. Und... Ja, da täusche ich mich wahrscheinlich auch gar nicht so. Oh Gott, was war das denn? Ich sollte mal wieder den Blaster ausrüsten. Vermutlich die beste Entscheidung. So, weitere Flächen sieht man hier auf jeden Fall schon. Weil man eben reiten kann. Das merkt man auf jeden Fall. Ist aber auch gut so, ne? Also ich finde es gut. So, dann da ist wieder ein bisschen Wasser. Aber man kommt ja hier hinten noch durch. Genau. Zu weiteren Kisten. Wie viel Geld haben wir denn bitte? Weil 6700 wieder. Super. Heißt, es ist schon bald soweit. Und wir können uns ein bis zwei neue Waffen gönnen. Freut mich. Ähm. Ah ja, hier ist auch wieder so ein Ding. Äh, ich sehe es wieder nicht. Ah, was da oben wahrscheinlich ist, oder? Ne. Okay, ich bin einfach blind. Das tut mir leid. Das steht auch. Okay. War tatsächlich doch gar nicht so leicht zu erkennen. Also denke ich mal, alles gut. So, jetzt gucken wir hier noch. Ah, da gibt es nochmal ein paar Räubchen. Die kann man auch nicht so wenig gebrauchen, wie wir ja schon jetzt bemerkt haben. So. Jawohl, für den Partypilz. Der ist ja ganz praktisch. Er ist halt echt für so einen sekundären Angriff echt super. Muss ich sagen. Da vorne ist da das... Da das... Ah ja, okay. Ich dachte mir gerade, ob da das Ziel ist. Aber scheint fast so. Ja, ist das Ziel. Das wartet da schon. Ganz ungeduldig. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so toll ist hier. Ich denke mal, man sollte hier eigentlich in einem Rutsch durchfahren. Boah, ist der riesig krass. Ultra krass. Aber ja, habe ich halt jetzt nicht gemacht. Aber auch nicht so wichtig, finde ich. Ja, okay. Ah, und ich habe es mir schon fast gedacht, dass ihr auch noch meins ist. Also Ra... Ra... Ich bin echt zu blöd, das auszusprechen. Raritatium oder wie das auch immer das heißt. Ist tatsächlich doch gar nicht mal so selten, wie ich es mir jetzt gleich mal dachte. Nachdem wir es halt bekommen haben. So, ich möchte noch ganz kurz... Hab ich die so eine Rundung? Ne. Ah, ah, lol. Okay. Hier kurz reingucken. Ne, das ist gar nicht die Stelle. Wo sind die? Da. Da. Ja gut, da kann ich ja eigentlich nicht schlecht gucken. Hier, ne? Ja, weil... Ne, hier ist ja offensichtlich die Wand. Okay, dann... Werden wir wahrscheinlich jetzt einmal weitergehen, weil... Ich kann ja hier nirgends hingucken, oder? Oder ist damit diese Ecke hier gemeint? Ja, scheint fast so. In jedem Moment... Schaue ich mir die auch noch ganz kurz in jeder genauen Winkel an. Ja, schaut schon mal hier gut aus. Aber ich muss irgendwie... Ich verstehe halt nicht, wohin ich da noch soll. Ah, und guck mal an. Hier hab ich eh was übersehen. So. Hab's grad irgendwie die ganze Zeit übersehen. Ah, ist schon auf dem Dach drauf, ne? Ja, okay. Das heißt, ich komm hier wahrscheinlich nachher sowieso noch rein. Wir haben schon mal gute Vorarbeit, wie immer, geleistet und... Machen jetzt erstmal storymäßig ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und deswegen... Komm mal her. So. Ab durch den Riesen. Ah, der isst sogar diese komischen Bären. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Dass man die essen will. Aber okay. Geben das deine. So, und da bin ich schon wieder runter davon. Aber es ist echt toll, sich so schnell vorzubewegen. Macht schon echt Spaß. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ach. Das ist nicht mal nur einer. Ich dachte, der wäre so einmalig. Aber... Ich bin einfach so die Langhälte. Die gibt's hier anscheinend. Der ist öfteren. Na, ist ja cool. Und das verfolgt mich so ein bisschen. Okay. Ich weiß nur, was ich machen muss. Ist okay für mich. Mal kurz gucken. Schaut gut aus. Das bedeutet ab. Geht durch. So, hier kann ich nochmal kurz mal sprinten. Ja, okay. Das habe ich ja jetzt selber auch schon rausgefunden. Die Gelatoniumfabrik. Ich komme, Mats. Wir haben diesen Longwachs und seinen Roboter nicht durch Dimensionen verfolgt, damit uns ein paar Fellknäuel aufhalten. Du hast circa neuneinhalb Sekunden, um uns zu verraten, wo sie sind. Eins. Aha, einen kleinen Moment mal. Hallo. Hier bin ich. So, weiß nicht, warum jetzt der Helm kurz ab war. Was habe ich für den perfekten... Ich sage die Wahrheit. Wie du meinst, Boltz, ich rette jetzt meine Freunde. So, weg mit dir und weg. Ey, was soll denn das jetzt hier? Ich weiß, wo ihr einen Lombax findet. Zur Info, hier ist eine Kämpferin. Ah, okay, cool. Ich stelle dir vor, ich weiß auch, wo er in das ist. Meta-Bombe Level 2 dadurch. Ach, deswegen war wieder die Dings hier. Der kleine. Ah, ja, ja. Ich wollte eigentlich auf die Trump gehen, aber so kann man es natürlich auch machen. Trump bietet sich ja immer bei diesen Hunden super an. Sondern ihr habt ja sowieso überhaupt keine... Ah, apropos, keine Chance. Ne, das war gar nicht... War das die... Äh, Moment. Ne, das ist die Trump. Okay, Moment. Wie macht man das denn? Waffen, genau. Ich habe jetzt nämlich diesen einen krassen gar nicht ausgehen hier. Ah, ja, genau. So möchte ich das haben. So. Crazy. Wirklich krasse Waffe. Hören wir mal die Range davon an. Oha. Oha. Jawohl. Jawohl. Alter, mega krass. Ich meine, die haben nicht viele Leben und so, aber... Ist natürlich echt geil, das trotzdem zu haben. So. Macht Spaß, ja? So Gegner-One-Shotten. Ach, das war's schon. Ach, kein Problem, du. Mord! Gut, ihr seid okay. Wir? Oh, als wir hörten, die Kerle suchen einen Lombax, hatten wir Angst um dich. Und schwupps bist du hier und rettest uns den Hintern. Warte, wo sind die anderen? Tja, ein paar der Mords stecken in diesem Zeug da fest. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es größer wird. Ah, und dazu noch unser neuer Nachbar da oben. Mir läuft's nicht grad gut. Oha. Keine Sorge, ich erledige das. Oh, und als kleiner Auftrag, während ich weg bin? Das hab ich von Zorkis. Jetzt kann Mord endlich ihr Schiff fertig reparieren. Zorkis? Oh, diese Piraten haben dir doch keinen Ärger gemacht. Äh, nur ein bisschen. Du kannst es Mord selbst geben, sobald du sie aus diesem lila Zeug davon rausholst. Das ist also der Plan. Ähm, ich möchte mich nur noch kurz hier wie immer umgucken. Oh, man kann tatsächlich einmal um die ganze, äh, Fabrik, schätze ich mal, soll das sein, rumgehen. Okay. Ja, wir werden die auf jeden Fall da rausholen. Ist ja gar kein Ding, ne? Sag nicht, mein Handschuh-Dingsda kann mit diesem Spalt-Dingsda interagieren. Ah, dankeschön. Das hab ich kaum gesehen. Jawoll! Ey, mega. Dankeschön für die Info. Hätten die nichts gesagt, dann hätte ich das wirklich übersehen. Äh, ja, weil es auf der Karte eben auch nicht verzeichnet ist. Das ist natürlich crazy. So, sie hat jetzt irgendwie, äh, gar nicht, warum sie jetzt das hier gemacht hat. Aber gut. Aber es ist ja Clank, ist klar. Weil, bei Dings war es ja jetzt anders. Bei Ratchet war es ja, hat man jetzt einen anderen Gleiter als bei Ribbit. Ist ganz cool. Also wenn ich mich jetzt nicht grad täusche, natürlich. Kann gut sein, dass ich mich jetzt da ein bisschen täusche. Äh, ich seh hier auch nix. Nee, nee, nee. Schaut nicht so aus. Alle fleißig doch am Arbeiten, trotz der Bedrohung, die sie gerade erleiden mussten. Okay. Vielleicht haben sie das auch gerade auf das hier bezogen, aber hey. Hat auf jeden Fall gepasst gerade. Okay, wir können auch theoretisch schon weitermachen. Aber... Nee, nee, wir gehen jetzt zu ihr. Schauen uns... Hab ich genügend? Ich glaub, ich hab genügend. Ah, der Querschläger. Zieh den Feuernabzug, um auf deine nutzlosen Gegner zu feuern. Hä? Oh, oh je. Und dann erscheint das Geschoss wieder direkt neben ihm. Jo, was ist das denn? Dann zieh den Feuernabzug, um wieder und wieder und wieder zu treffen. Jo, was ist das denn für eine geile Waffe eigentlich? Äh, ja, wird sich definitiv der hier können. Als ob, wie cool. Ähm, ja, ich würde jetzt tatsächlich weiterhin auf den Classic Blaster gehen, weil der ist einfach... Ja, gut. Kann ich nicht anders sagen als gut. So, sorry, aber dann mach ich mal hier kurz fertig. Jawohl, Kopftreffer-Schaden. Ja, endlich. Ich wusste gar nicht, dass es Kopftreffer gibt, ehrlich gesagt. Ich seh grad den... Ach komm, machen wir den gleich mal. Komplett. Dann ist das Ganze abgehakt. Das haben wir wahrscheinlich Nachladegeschwindigkeit. Ah, Moment. Jetzt. Oder? Flugtempo. Schüsse bewegen sich schneller. Ah, okay. Nicht mal. Alright, dann haben wir hier erstmal alles, was es so gibt. Dann finde ich eigentlich den Querschläger jetzt ganz interessant. Was kann man denn hier für größer Zeitfenster für den Bonusschaden? Wenn du Querschläger zum richtigen Zeitpunkt abprallst, dann versuchst du Zusatzschaden. Ah, nee. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Äh, okay. Cool. Müssen wir natürlich auch wieder ausrüsten. Und ich würde tatsächlich sagen, weil ich die Schmetterbombe jetzt nicht allzu oft benutze, dass ich die darauf lege. Und dann diesen Querschläger darunter. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, jetzt habe ich alle ausgerüstet. Ups. So, ja. Passt. Okay. So sind die Waffen ehrlich gesagt ein bisschen umständlich. Aber gut. Wir gehen jetzt mal in diesen Riss hier rein. Ah. So funktioniert das Ganze. Oh Gott. Okay. Nicht betreten. Kapiert. Darf ich es mir mal ansehen? Ich habe ein wenig Erfahrung mit Dimensionsanomalien. Ich. Klar. Hm. Das war es mir mal ansehen. okay. Aber es ist mir três. ihn vermhen?